Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen das neue Diablo endlich anzocken. Ich bin leider nicht vorher dazu gekommen durchs neue Auto und den ganzen Stress. Ihr kennt das ja von Familienleben halt. Ihr seht auch meine Kamera nicht, weil es hat HDR, also nehme ich auch in 4K mit HDR auf, in der besten Auflösung, die ich aufnehmen kann und ladet es so auch für euch hoch, ohne irgendetwas zu schneiden, damit ihr da so nah wie möglich am Ergebnis dran seid. Aber den legen wir erstmal los. Ich bin nur mit Battle.net verbunden und alles. Diablo 3 habe ich ja nicht gespielt. Aber da ist es ganz früher eigentlich schon. Gesegnete Akkarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auch auf dunklen Pfaden. Du führst meine Seele zu deinen heiligen Lichten. Gesegnete Akkarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Ruhe! Wandle ich auch auf dunklen Pfaden. Feins Maul! Sie haben uns gewittert. Rennt! Vergiss ihn! Du musst durchhalten. Was soll das denn werden? Das schafft er nie im Leben! Wer muss aber? Gesegnete Akkarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Sieh mich an! Gesegnete Akkarat. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen. Na! Nein. Nein. Ich... Ich... Ich wollte doch nur... antworten. Sie kommen! Ich weiß. Erfiegt euch! Na los. Wirts mal! Brich das Siegel. Du musst das Tor öffnen! Licht, steh mir bei. Mit rein... Mit rein... Sie kommen! Mit rein steht dein Weg offen. Das Blut zeigt... Ich versteh's nicht. Blut. Das ist der Schlüssel. Blut ist der Schlüssel! Ah! Was? Ich brauche zwei von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also... Hier steht das Blut der Willigen muss... Ist das euer Ernst? Es klappt! Wir müssen ihm helfen! Der ist geliefert! Wirklich jammerschade. Kopf hoch! Was soll's! Wenigstens müssen wir das Gold nur noch dritteln! Es muss hier irgendwo versteckt sein. Lies das! Oh! Mit rein sie kommen! Mit rein steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen... Preis... Preiset! Die... Die Schöpferin! Oh! Preiset die Tochter! Oh nein! Nein, nein, nein. Was ist mit dem Gold? Was steht davon? Das hier ist verboten. Der Text ist eine Beschwörung. Ich kann das nicht aussprechen. Klieg mich nicht an! Wir sind für Schätze gekommen. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Tempel. Oder in einem Grabmal. Es ist ein Tor. Und Blut ist der Schlüssel. Gesegneter Akharat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandel ich auch auf dunklem Faden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Wir erflehen deiner Erlösung aus dem Abgrund. Mit dreien sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Komm. Wir sehen den Tagrat. Dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandel ich auch auf... Öffne die Augen. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen, auf der Suche nach Antworten. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier. Gib dich hin. Mit dreien. Sprich die Worte. Bring sie heim. Mit dreien, sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen, wir rufen dich heim. Karimut. Reiset, die Tochter des Hasses. Die Schöpferin. Sanktuarios. Reiset. Lelef. Gewinne deine Mutter. Erlöse uns. Der Anfang ist echt geil gemacht. Also wirklich. Für einen Film würdig. Wenn man daraus einen schönen Film machen. Jetzt sieht's wieder an's Klasse auswählen. Totenbeschwörungen. Barbarin, Totenbeschwörerin, Zauberin, Jägerin, Droiden. Ich tendiere zum Jäger wieder. Ich mach ja meistens sowieso die kleinen flinken Agilen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Mit Totenbeschwörern wäre bestimmt auch recht geil. Ich kann mich nicht wissen. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr. Erstmal. Schöpferin. Däun. Ich bin totbeschwörerin. Tote Armee, Knochen. Was ist das? Die Hirnatmosphäre fallen. Präzision. Wehrwölfe sind brutal. Wehrbeer. Sturm. Zauern. Ich teste jetzt einfach. Man kann ja mehrere Klassen nehmen. Man muss sich ja nicht auf einen festlegen. Man kann ja dann nochmal... Ich finde das Blasser eigentlich gar nicht mal so schlecht. Anpassen. Was ist das? Und das Gesicht 1 will ich schon nehmen. Rot sieht auch gärl aus. Ich nehme jetzt schwarz-blaue Haare. Ich fand mit dem Undercut eigentlich ganz passend. Nee, wir lassen ihn ohne Bart. Gut. Ich lasse mal jetzt schwarz-weiß, würde ich sagen. Ich lasse mal. Ich lasse das. Ich lasse mal. Ich lasse mal. 29 ist auch gut. So, Bemalung. Ich finde das sehr gut. Ich lasse mal. 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 ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen geschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanktuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Oh! Oh! Oh. Oh! Sollte. Was hat mein Ackergaul ab? Wir machen ja auch ein Tutorial, wir lernen das ja gleich wieder kennen. So viele Jahre her wie ich den letzten Jahr gespielt habe. Oh, das war mein Ackergaul. Ja, das war mein Acker. Dann. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere Was ist das? 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 Oh Gott? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Clan erstellen, Clan-Name, Olims, Klee, Kräger, Name existiert bereits, wollt ihr mich verarschen? So wie wir bei Twitch gemacht haben. In Deutsch, Moderat. Muss jetzt vielleicht zusammengeschrieben sein oder mit einem Trennungsstich oder so? Ach, jetzt ging's. So, öffentlich, komm, wir lassen öffentlich, könnt ihr beitreten, wenn ihr wollt. Kleine Funktion, das werde ich dann in Ruhe machen. Da muss ich mich auch mal drum kümmern. So, jetzt machen wir erstmal hier. Symbol. Halt, 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 Symbol. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 dann nehmen wir denn da oder herr doch so kann man entscheiden findet ja weglassen der nächste hin Ja, dann gucken wir uns das mal an, Primärfarbe, ah da ist die Seite, okay, die lassen wir Machen wir mal weiß und die machen wir schwarz Machen wir mal weiß, die rand Ich habe es nicht mehr. Jetzt fallen mir meine wasserpullen hier um so wir müssen mal gucken wie machen das weg Manche bei Farbe. Machen wir den Rand auch rot Da ist er doch. Ich habe viele Bäume nicht gesehen. Hier mal diese dunkelrot. Hier mal der Teller. Soll er blutverschmiert sein Ich habe die Ich habe die Ich habe die So. Okay. Keine Beitrittsanfragen. Dann müssen wir nachher einladen. Lässt mich euch mehr zeigen, Reisende. Oh ja. Die sieht gut aus. Die hat auch was. Für wen ist denn die DOS-Toffen-Toten-Beführung, oder? Ach, die sind alle für mich empfohlen. Also die sind passend für mich. DOS-Toffen-Beführung, Jäger. Reittier. Das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Manche Schiff, Plastikflaschen hier. Also das würde ich, oder halt das Letztere. Vielleicht kommt ja, weil da Totenkörper dran sind. Aber vielleicht kommt ja noch was Schönes. Ach so, das ist das Reittier. Und das ist die Reitrüstung. Ja, auch ein Reittier. Das ist eine Reittier-Rüstung. Na ja. Grabjäger. Auch nicht schlecht. Dann bin ich ja bei, für die Rüstung alleine bin ich ja schon bei 1000 mit bei. 2.800 und dann hier der Reittier, sagen wir mal noch dazu. 2.800, 3.800, 4.300, 4.500, 4.500 und wie viel bräuchte ich dafür? 5.000, 49 Euro, leck mich doch. Für zwei, dass man sich zwei Sachen holen kann. Bedenklich. Das finde ich, also wirklich, das finde ich zu teuer. Viel zu teuer. Bitte, eine Rüstung für... Nee. Nee, 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 nee. Ist alle doch 100. Aktiviere, aktivierst du die Rüstungspieler von anderen Plattformen. Da kann nur eine Charakterauswahl geändert werden. Nicht so lange ich in der Stadt bin. Hm. Ja, dann muss ich den später mal gucken. Die Wälder hier sind gefährlich. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Das Böse sammelt in diesen Ruinen seine Kräfte. Ich werde es vertreiben. Wirklich? Oh, vielen Dank. Du kannst nicht... Wenn Daph mir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. Seid ihr verwundet. Das Feuer sieht gut aus, aber ich sollte es noch im Auge behalten. Nicht, dass es ausgeht. Ein wärmendes Feuer. Gibt es in dieser Welt doch noch was, wofür man dankbar sein kann? Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Dph%. Bap. Göt. Bloc... Ja, das war's. Ach, Entschuldigung, die Lofen? Nein, versichert die Leute, das liegt. Nicht wundern, ich habe hier gerade über Battle.net versucht, den Shadow anzunehmen, der mir eine Freundschaftsanfrage geschickt hat. Aber ich finde den halt nicht. Also ich sehe jetzt hier nicht, hast irgendwie... Da oben ein bisschen übersichtlicher gestalten. Da muss man mal die Plattform übergreifen, nämlich an den Kamera. Können wir mit Shadow zocken, oh Bruder, auf die Xbox und da nichts ist. Ja! Ja! Ja. Ah! Das war's für heute. Die Herausforderung wird es erst dann, wenn es uninteressant ist, wenn man das durch hat. Aber diese hat sich auch nicht mehr mit auf den vor. Ja, das ist das ist das 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 ist das das ist das ist das ist ist das GHT ich ihr seht das ist das 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 ist es ist Oh, das ist ein Knopf. Lasten zwölf. Oh, das ist ein Knopf. 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 Oh, 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 oh. Was ist das? Und da war die Karte im Touchpit. Da müssen wir hin, also wieder zurück, dann hier lang, dann hier unten lang, da waren wir doch. Ja. 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 Scheiße. Ja. 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 Okay. 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 Oh. Okay. Gut. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, beim Licht. Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Das war's für heute. Ja, die machen mich betrunken. Oder schummst. Dann rauben sie mich garantiert aus. Ich helfe denen und die verarschen mich so. Die schreue, ne? Ja, das war's für heute. Die schreue, die schreue, die schreue, die schreue. Die schreue, die schreue, die schreue, die schreue. Die schreue, die schreue, die schreue, die schreue. Schreue, die schreue, die schreue, die schreue. Oh, 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 oh. Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen. Bevor ihr sterbt. Ist noch nicht so weit. Sie kommen. Das ganze verdammte Dorf. Aufstehen. Steh auf. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Da. Ergreift sie. Möge das Licht uns schützen. Das ist nicht so weit. Fuck me! Mhm, mhm, mhm. So viel wollen wir jetzt aber nicht spoilern. Ach, ich habe mich verdrückt. Vergleich war Dreieck. So, 60 Schaden. 30, 31 Schaden. Dann ist doch das besser. Ich habe auf eure Rückkehr... Da ist mein Clan. Ah, ihr Freunde. PSN. Ich bin mir in der Bedrohung. Fortschritt 0% Buch der Toten Fortschritt 0% Man legt ihn auch an. Fortschritt 0% 0% Fortschritt 2% Fortschritt fügbar. Mal gucken, wo wir dann als nächster zählen von der Fähigkeit. Hier unten will ich auf jeden Fall hin. So. Feldstufe wechseln, Charakter löschen, Spielmenü, Spiel starten, und drehen. Na, Shop ist klar. Spielmenü, zurück, Optionen. Mal gucken, ob ich jetzt Shadow annehmen kann. Aber für das Video soll es jetzt erstmal erwiesen sein. Ich hoffe, es hat uns Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Da muss ich mal gucken. Also wer von euch jetzt hat, meldet euch. Können wir auch gerne mal im Team abends im Stream machen. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber jetzt bin ich erstmal weg. Wie gesagt, ich lade das Video hoch, ohne dass ich es bearbeite. Ich nehme mit einer sehr hohen Bitrate auf, mit 4K und HDR zusätzlich noch. Und ich möchte, dass ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis hier vor mir dran seid. Deswegen will ich da nichts bearbeiten. Natürlich könnt ihr das nur sehen, wenn ihr auf dem passenden Endgerät guckt. Wenn der Fernseher, oder was weiß ich, 4K HDR nicht unterstützen, wird euch natürlich nicht angezeigt. So, aber ich bin jetzt wirklich weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Seid euer Odin. Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Abonnieren.